Hallo und willkommen zurück bei Episode 7 des Linguas Didici Intermediate German Podcasts. Mit interessanten Themen wird dir dieser Podcast helfen, Deutsch zu lernen und dein Deutsch aufzubauen. Heute werden wir über das deutsche Bier sprechen. Ist dies dein erstes Mal hier und du willst die deutsche Sprache endlich meistern? Hast du Probleme mit Deutsch und suchst nach simplem, aber interessantem Content? Starte damit, indem du auf Subscribe klickst und diesen YouTube-Kanal jetzt abonnierst. Bevor wir zum Thema dieser Episode kommen, wollte ich sorry sagen. Der Linguas Didici Channel hat nun fast 3400 Subscriber. Das ist wirklich unglaublich. Danke! Ich freue mich, dass unsere Deutsch-Lern-Community so stark gewachsen ist und heiße alle neuen Subscriber herzlich willkommen. Ich weiß, dass ihr nun ein ganzes Jahr auf eine neue Episode warten musstet. Ich will euch kurz erklären, was die Gründe für diese lange Wartezeit sind. Seit Mai 2021 arbeite ich nämlich nicht nur 40 Stunden pro Woche als SEO-Manager für eine Marketingagentur in München. Nein, ich helfe nach der Arbeit auch oft 10 bis 20 Stunden pro Woche meinem Vater und seinem Unternehmen. Das hatte ich euch bereits in Episode 6 erzählt. Beide Jobs zusammen kosten mich viel Zeit und Energie, sodass danach nur wenig Energie übrig bleibt, um mit meinen eigenen Sprachskills oder mit dem Podcast weiterzumachen. Darum musste ich den Podcast schweren Herzens, das heißt sehr ungern, pausieren und euch, unsere Community, warten lassen. Ich habe jedoch all eure Kommentare gesehen und gelesen. Jeder eurer Kommentare hat mich stolz gemacht und extrem gefreut. Mit der Zeit kommentierten mehr und mehr Menschen, dass sie den Podcast super finden und neue Episoden wollen. Darum habe ich mir jetzt die Zeit genommen, eine neue Folge für euch zu kreieren. Nun, genug über mich und meine Situation. Lasst uns über das deutsche Bier und seine Rolle in Deutschland sprechen. Deutschland und Bier, das sind fast schon Synonyme. So sehr lieben die Deutschen ihr Bier. Das zeigt auch die Statistik zum Pro-Kopf-Konsum von Bier weltweit im Jahr 2020 von der Webseite Statista. So findet sich Deutschland auf Platz 5 hinter Tschechien, Österreich, Polen und Rumänien. Je nach Informationsquelle trinkt eine Person in Deutschland pro Jahr stolze 92 bis 116 Liter Bier. Das ist ein Konsum von ca. 2 Litern Bier pro Woche oder fast 4 Flaschen Bier von Montag bis Sonntag. Das ist alles andere als wenig. Die Liebe der Deutschen für ihr Bier zeigt sich auch in der deutschen Sprache. So gibt es zahlreiche Synonyme für Bier im Volksmund. Volksmund, das sind Redensarten oder im Volk umlaufende Ausdrücke. Zum Beispiel kann man Bier auch Flüssigbrot, Hopfentee, Ballerbrühe oder Gerstenkalkgetränk nennen. Außerdem gibt es viele Worte, die durch Kombination mit dem Wort Bier geformt werden. Wie zum Beispiel Bierschädel, Bierglücklich, Bierreisende, Bierzeche oder Bierstraße. Was meinen all diese Begriffe? Der Bierschädel meint die Kopfschmerzen am nächsten Tag, nachdem man zu viel Bier getrunken hat. Die Knochen unseres Kopfes heißen nämlich Schädel. Bierglücklich sind wir, wenn wir Bier getrunken haben und uns glücklich fühlen. Ein Bierreisender ist eine Person, die verschiedenste Biere probiert und daher metaphorisch durch alle Biersorten oder Biertypen reist. Die Bierzeche ist der Preis, der in einer Bar oder in einem Restaurant nach dem Trinken zu zahlen ist. Daher kommt auch die Redewendung die Zecheprellen. Prellen meint betrügen, cheaten oder nicht bezahlen. Wenn man die Zeche prellt, dann bezahlt man in einem Wirtshaus nicht, was man gegessen und getrunken hat. Und was ist eine Bierstraße? Das frage ich euch. Schreibt eure Vermutungen, eure Ideen und eure Gedanken in die Kommentare. Was denkt ihr, ist eine Bierstraße? Wenn wir über Bier in Deutschland sprechen, dann müssen wir uns auch die Geschichte des Bieres in Deutschland ansehen. Denn wenn man die Geschichte nicht kennt, dann kann man auch die Liebe für Bier in Deutschland nicht verstehen. Keine Angst, ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen und nur die absolut wichtigsten Events, die wichtigsten Ereignisse durchgehen. Apropos, Bier wurde nicht in Deutschland erfunden. Bier kommt nicht aus Deutschland. Bier ist nämlich viel älter als Deutschland. Schon 4000 bis 5000 Jahre vor Christus braute das Volk der Sumerer im altmesopotamischen Raum eine bierähnliche Flüssigkeit. Das heißt, eine Flüssigkeit, die dem heutigen, modernen Bier ähnelte. Von den Ägyptern gelangte das Bier dann zu den Griechen und Römern. Die Griechen und Römer fanden Bier aber nicht besonders lecker. Darum wurde Bier bei diesen Völkern auch nicht beliebt. Bier musste dort aber auch nicht beliebt werden. Denn im Römischen Reich und damaligen Griechenland gab es ja sowieso exquisiten Wein. Die Gallier hatten aber eine andere Meinung. Die Vorfahren der Franzosen wollten sich von Eroberer Julius Cäsar ihr Bier um keinen Preis verbieten lassen. Auch die Germanen, die Vorfahren der Deutschen, respektierten und liebten Bier schon damals. So konnten Forscher nachweisen und demonstrieren, dass die Germanen das Bier sogar in religiösen Zeremonien einsetzten und Bier den Göttern als Opfer darbrachten. Interessant? Findet ihr nicht? Und so erreichte Bier den späteren deutschen Raum. In der Zeit zwischen der großen Volkerwanderung in Europa, das heißt im 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus, bis zur Zeit des hohen Mittelalters, das heißt bis ca. 1200 nach Christus, stellte jeder germanische Haushalt sein eigenes Bier her. Unglaublich, oder? Bier, in alten Rezeptbüchern auch Warmbier genannt, war Teil des Frühstücks. Die germanischen Frauen stellten Bier jeden Tag her, wie Brot. Dieses Getränk wurde am Morgen zubereitet und mit Ei, Ingwer und Muskatnuss angereichert. Ich glaube nicht, dass mir dieses Frühstücksbier schmecken würde. Kommen wir zum spannenden Teil. Die Klöster beginnen nun mit der Bierproduktion und erobern prompt den Biermarkt. Ihr kennt es sicher, wenn ihr schon einmal eine deutsche Bierflasche wie von Paulana, Franziskaner oder Benediktiner gesehen habt. Auf allen Flaschen sind Mönche und Klöster abgebildet. Warum aber waren Monasterien so dominant in der Bierproduktion? Die Klöster brauten Bier zunächst für den Eigenbedarf, also für den Eigenkonsum und auch für die vielen Klosterbesucher, um den Hunger und Durst der Besucher zu stillen. Erst später begannen die Klöster, ihr Klosterbier kommerziell zu verkaufen. So begannen die Klostertavernen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Die Qualität der Klosterbiere galt als hervorragend oder exzellent und der Preis für ein Bier war trotzdem sehr günstig. Ein Meilenstein auf dem Weg zu geschmacklich hochwertigem und länger haltbarem Bier war das Hinzufügen von Hopfen, englisch Hopp, in dem Brauprozess des Bieres. Im 12. Jahrhundert, also gegen Ende des Hochmittelalters, haben Mönche mit dem Hopfen, dem Bier, seinen typisch bitteren Geschmack gegeben und Bier länger haltbar gemacht. Wegen der längeren Haltbarkeit konnte Bier nun sogar exportiert werden. Übrigens, das Bier war damals schwächer als heute, da das Bier deutlich weniger Alkohol hatte. Die deutsche Bierindustrie erlebte also einen regelrechten Boom. In Norddeutschland entstanden zwischen dem 13. Jahrhundert und dem 16. Jahrhundert mehr und mehr Brauereien. Der Süden Deutschlands folgte kurz darauf dem norddeutschen Beispiel und gründete ebenfalls Brauerei nach Brauerei. Im Norden Deutschlands bekam das Bier im 18. Jahrhundert jedoch starke Konkurrenz durch exotische Getränke wie Tee und Kaffee. Im Süden Deutschlands passierte dies jedoch nicht. Hier kamen immer mehr Brauereien hinzu und in Bayern konvertierte sich Bier zum Feustgetränk Nummer 1. Das ist Bier in Bayern auch heute noch. Darüber hatte ich in Episode 3 die bayerischen Klischees gesprochen. Mittlerweile gibt es in Deutschland nur noch 6 echte Klosterbrauereien, weil die Privatbrauereien den Biermarkt erobert haben. Moment, sagen bestimmt einige von euch. Und was ist mit dem deutschen Reinheitsgebot? Als Reinheitsgebot wird seit dem 20. Jahrhundert das Gebot, die Vorstellung oder die Vorschrift genannt, dass Bier im Allgemeinen nur aus Hopfen, Englisch Hopp, Malz, Englisch Malt, Hefe, Englisch Yeast und Wasser hergestellt oder gebraut werden soll. Das Reinheitsgebot, das Gebot der Reinheit des Bieres, wird heutzutage oft als deutsches Kulturgut empfunden und auch als Kulturgut vermarktet. Auf Bierflaschen steht dann oft gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, was indirekt die Qualität des Bieres garantieren soll. Es handelt sich also auch um Marketing. Das deutsche Reinheitsgebot ist übrigens eine Anpassung des bayerischen Reinheitsgebots aus dem Jahr 1516. Da das bayerische Reinheitsgebot bereits 500 Jahre alt ist, sprechen wir hier über die älteste Lebensmittelverordnung oder das älteste Lebensmittelgesetz der Welt. Denn im Mittelalter begannen viele sogenannte Bierbrauer, viele billigen Zutaten dem gebrauten Bier hinzuzugeben, um so auf die teuren Zutaten Hopfen und Malz verzichten zu können. Diese Pfuscherei oder schlechte Brauarbeit machte viele Bierkonsumenten krank. Ihr mögt euch fragen, okay, aber braut denn noch immer jeder deutsche Haushalt sein eigenes Bier? Was ist mit dieser Biertradition passiert? In der Tat brauten viele deutsche Haushalte noch bis zum 20. Jahrhundert ihr eigenes Bier. Gesetze zur Versteuerung des selbstgebrauten Bieres haben diese Tradition leider weitestgehend abgeschafft. Mittlerweile wurden diese restriktiven Gesetze wieder geändert und man darf jetzt bis zu 200 Liter Bier pro Jahr selbst produzieren. Darum gibt es in Deutschland auch weiterhin sehr viele Hobbybrauer. Ich selbst zum Beispiel habe ebenfalls schon dreimal ein Bier zusammen mit meinem Vater gebraut. Wie ihr hören konntet, hat das Bier in Deutschland eine lange Tradition. Deutschland und Bier, das gehört einfach zusammen. Solltet ihr noch nie in Deutschland gewesen sein, dann müsst ihr das deutsche Bier unbedingt probieren. Rauchbier, Schwarzbier, Weißbier, Weizen, Helles, Zwickel, Kölsch. Die Liste an Biersorten ist lang und da ist sicherlich für jeden etwas Gutes dabei. Werdet zum echten Bierreisenden. Bitte trinkt aber mit Vorsicht. Alkoholismus ist kein Spaß und ich supporte auf keinen Fall übertriebenen exzessiven Bierkonsum. Der ärztliche Rat ist, nicht mehr als ein kleines Bier mit ca. 5% Alkohol pro Tag zu trinken. Haltet euch daran. Die deutschen alkoholfreien Biere sind zudem auch extrem lecker. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Bierreise. Prost! Ich habe eine Idee. Lasst uns diese Bierreise doch zusammen machen. Wenn ihr ein besonders gutes deutsches Bier probiert habt, dann kommentiert das unter dieses Video. So gebt ihr anderen Biertipps. Ihr könnt einfach die probierte Biersorte und eure Meinung dazu kommentieren. Zum Beispiel Paulana. Super leckeres Weizen. Simpel, oder? Viel Spaß beim Kommentieren und Prost! Das war es für Episode 7. Ich hoffe, dass ihr Episode 7 interessant fandet. Ich erwarte, dass wir uns in der nächsten Episode wieder treffen. Bis dahin könnt ihr euch die anderen Episoden des Linguas Didici Podcasts anhören. Ich sage noch einmal, sorry für das lange Warten. Ich bin glücklich, wieder neue Folgen für euch veröffentlichen zu können. Wenn euch Sprachen interessieren, dann seht euch den Linguas Didici Language Blog an. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Thumbs up zu geben. Danke, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!